Heyho Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, jetzt mal wieder ein, zwei Stimme, es wird jetzt öfter sowas kommen. Aber wie ihr es wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen habt, habe ich vor, diesmal eine Levelrunde zu machen. Ja, wir reden über das Thema Busgeschehnische... Geschehnisse... Ah, ich kann nicht reden. Geschehnisse und Schwiergeschehnisse, also die mir halt persönlich passiert sind. Und vielleicht dann noch etwas anderes, wenn mir noch irgendwas einfällt. Aber das sind jetzt die groben Themen. Ich hoffe, euch gefällt es und wir sehen uns nach dem Intro wieder. So, das erste Thema, womit ich starten werde, ist wahrscheinlich... ...im Busgeschehnisse, was mir passiert ist. Erst vor kurzem, glaube so... ...Mittwoch oder Donnerstag. Ne, ich würde sagen eher Mittwoch. Der Donnerstag ja erst mal... äh, gestern war, ist... Ich nehme das hier gerade am Freitag auf. Kleine Info. Und ich habe so gesagt... Naja, wie gesagt... Ich soll vielleicht erst mal von ganz vorne anfangen. Von ganz vorne angefangen wäre es erstmal, dass ich zur Brusellstelle gelaufen bin. Natürlich wie jedes normale Kind auf den Bus gewartet habe, vielleicht noch mit Freunden gequatscht habe in der Zeit. Und da kam dieser Bus dann endlich mal an, nach so circa 20 Minuten Warten, würde ich jetzt mal sagen. Und... Ja, wie gesagt... Kleine sind auch mit da. Also die Grundschule. Ich bin ja Oberschule. Wir sind halt alle eingestiegen. Halt nicht zuerst die Kleinen, auch mal mit die Großen. Dass die auch mal mit zuerst eingestiegen sind. Oder halt mal so zwischen den Kleinen, wie man es kennt. Ich hoffe mal, ihr könnt euch das vorstellen. Ja, und ich war halt dann so, glaube, die Dritte, die da so reingekommen ist. Weil ich so zwischen den Kleinen halt stand und da reingegangen bin. Und da sagt dann plötzlich die Busfahrerin... Könnt ihr Großen nicht mehr warten, ne? Da denke ich mir auch nur so... Hallo? Bedenken sie, wer sie hier sind? Kennen sie den Schulablauf? Kennen sie den Busablauf? Denen wir hier die jeden Tag vollbringen. Schon seit... Acht... Einhalb Jahren. Ich hab mich da einfach nur innerlich aufgeregt. Und das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Das war schon... Dreimal davor. Und nach diesem Tag. Am Donnerstag war es. Das weiß ich noch ganz genau. Ist ein großer vor den Kleinen. Also ganz vor den Kleinen eingestiegen. Ich glaube, der war so 9.10. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und da sagt die Busfahrerin dann erstmal so... Ne, du gehst jetzt raus. Zuerst die Kleinen rein. Ihr müsst warten. So ungefähr hat die das gesagt. Ich weiß nicht, was bei der im Kopf los war. Was denkt die sich? Kommt die jetzt nur von meiner Seite so im Kopf rüber? Ich hab mich einfach nur so genervt von ihr gefühlt. Ja, da ist der halt rausgeschickt worden. Der hat auch noch ihr so persönlich gesagt. Also nicht nur gedacht, sondern gesagt. Wie, was los? Oder irgendwie sowas. Ich kann mir das nicht erklären. Was ist denn mit ihr los? Wenn wir von der Schule schon jetzt nach Hause fahren wollen. Da ist so ein extra Bushalteplatz bei uns an der Schule. Da müssen wir schon die Kleinen vorlassen. Und um drei sind das so viele. So viele über 20 Kinder. Oder mehr. Da ist der ganze Bus voll. Und das ist so ein doppelter Bus. Ich sag ja zu... Also mal die ganzen Kinder. Halt auch ich. Und meine Freunde sagen dazu Schlenky-Bus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine. Ich hoffe mal ja. Und ja, der war halt auch bis fast hinten gefüllt. Okay? Wir Großen sind ja auch viele. Da ja halt auch viele da mitten in der Oberschule sind. Wir sind jetzt zwar nicht so viele. Aber es mussten viele von uns da immer stehen. Einfach nur, weil nicht so viel Platz ist. Oder erlaubt sich dann halt auch noch die Busfahrerin, den einen Großen rauszuschicken. Wo wir einfach mal, einmal sitzen wollten in einem Bus. Und nicht ständig stehen wollen. Das ist auch mal wieder anstrengend so zu stehen. Also unbequem auch irgendwie. Wenn er dann so plötzlich anhält. Und du bist so richtig eng aneinander. Steht ihr da? Dann hält er so plötzlich an. Und du musst dich da festhalten irgendwo. Dass du nicht irgendwie in andere reinfällst. Es hat mich einfach nur genervt. Ja, ich kann dazu nicht mehr sagen. Schreibt mir doch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es hat mich einfach nur so dermaßen genervt. Ich kann diese Busfahrerin bisher immer noch nicht leiden. Ja, ich kann dazu nicht mehr groß sagen. Ich hoffe, ihr habt das Geschehen verstanden. Ich kann sie nicht leiden. Und noch schon mal so im Voraus. Ich möchte mit diesem, was ich hier erzähle, keine Person angreifen oder so. Also einfach nur straight zur Unterhaltung dienen. Okay, kommen wir zum nächsten Geschehenis. Habe ich das richtig ausgesprochen? Egal. Das waren jetzt... Das sind jetzt glaube ich zwei Schulgeschehnisse, die ich jetzt hier auflisten werde. Und zwar einmal... Das war glaube ich erst so... Nein, dieses Geschehenis ist mir innerhalb zwei Wochen passiert. Diese Woche hier mitgezählt. Also ich nehme das hier gerade am 8.4. glaube mal auf. Wenn ich richtig denke. Und zwar haben wir da wie ganz normal andere Schüler Arbeiten geschrieben. Man kennt es. Und natürlich haben wir die Arbeiten auch zurückbekommen. Bei der ersten Arbeit, ich glaube, das war sogar in Physik, da hat mir ein Punkt zur besseren Note gefehlt. Ein Punkt. Das muss man sich mal so vorstellen. Ein Punkt zur besseren Note. Ich habe mich da so geärgert. Ich sage jetzt nicht, welche Note es ist. Ich möchte keine Kommentare irgendwie dazu erfahren, dass sie besser sind oder so. Ich sage einfach mal ein Punkt zur besseren Note. Es könnte jetzt auch eine 2 gewesen sein und mir hätte ein Punkt zur besseren Note gefehlt. Das wäre dann die 1. Aber halt ein Punkt. Und so circa eine halbe Woche später, also wir haben dann so ein paar Tage später eine Bioarbeit geschrieben. Klassenarbeit, glaube ich. Und die haben wir dann halt auch wieder bekommen. Natürlich hat es wieder etwas gedauert, weil wir haben ja nicht immer jeden Tag darauf gleich wieder Bio und dann hat sie es nicht alles gleich kontrolliert. und so weiter und so fort. Ja, und dann kam es halt dazu, dass ich die zurückbekommen habe. Natürlich als letztes von allen. Wieso? Wäre wohl die Lehrerin wahrscheinlich. Wenn aber gleich halt ganz unten. Ich war die Letzte, die es bekommen hat. Ja, und dann sagt die Lehrerin so zu mir, echt schade. Dann schaue ich so hinten auf die Punktzahl, weil auch die Punktzahl dahingeschrieben wurde. Also welche Punktzahl zu einer besseren Note. Ich habe mich so geärgert. Ich habe mich so geärgert. Jetzt denkt ihr bestimmt ein Punkt zur besseren Note. Nein, noch besser. Ein halber Punkt zur besseren Note. Ein halber Punkt. Ich habe mich so dermaßen geärgert. Noch mehr als, wo mir nur ein Punkt gefehlt hat. Ein halber Punkt zur besseren Note. Ich habe mich auch aufgeregt. Einfach nur. Ich habe mich einfach nur geärgert, weil ich weiß nicht, was der Lehrerin da in den Kopf gekommen ist. Ich weiß nicht, ob die sich auch für mich geärgert hat. Aber ja, wer weiß. Es war halt schon mega sad. Einfach so ein halber Punkt. Erst ein ganzer Punkt zur besseren Note, jetzt ein halber. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wie findet ihr das denn mit dem Punkt und der halben Punkt, den halben Punkt, der halbe Punkt? What? Egal. Halt ein halber Punkt zur besseren Note. Das ist ärgerlich. Wie hättet ihr euch da in dieser Situation gefühlt? So, das dritte Geschehen ist wahr, sogar erst heute. Und wie gesagt, ich will damit keine Person angreifen oder irgendwie so etwas Biss über die erzählen. Und zwar für diese Geschichte nenne ich diese Person jetzt einfach mal Kai. Genau. Diese Person heißt jetzt einfach mal Kai. Und zwar war es in Physik. In Physik haben wir so eine tägliche Übung geschrieben, die manche dann auch abgeben mussten. Ich war auch dabei. Natürlich wie immer schlecht ausgefallen. Und ich habe dazu nur so viel gesagt, dass wir nach der TÜ, also nach der täglichen Übung, ein neues Stoffgebiet angefangen haben. Das war mega einfach. Wirklich so mega einfach. Es war einfach nur Plus und Minus rechnen. Also dieses Umrechnen da. Ich fand es so einfach. Andere fanden es sogar auch einfach, da ich die Antenrechnung davor nie verstanden habe. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Es war einfach nur einfach. Ja, und die Lehrerin geht halt so manchmal rum. Vielleicht braucht da jemand so Hilfe, spricht sie so drauf an, wenn sie halt da rum geht, an den Plätzen vorbei. Ich mag das sehr persönlich jetzt nicht, wenn da Lehrer dann vor mir stehen oder irgendwie auf einem Platz schauen während der Arbeit. Ich fühle mich da immer so verunsichert und hoffe einfach nur, dass sie nicht sagt, ja, lest euch bitte nochmal genau die Aufgabenstellen Nummer 2 durch. Wenn man dann schon weiß, dass sie auf deinem Blatt geschaut hat und sie das dann so sagt. Aber ist mir bisher persönlich noch nie passiert. Ich glaube, anderen ist es schon passiert, aber mir nicht. Also, immer schön die Aufgabenstellen lesen. So viel kann ich sagen. Und, ja, wo sie dann halt rumgegangen ist, diese Person sitzt jetzt ganz vorne am Fenster. also eine Reihe hat so Wand, Tür, dann gibt es noch so eine Mittelreihe und halt so eine Fensterreihe, also die am Fenster sitzen. Und diese Person saß halt am Fenster, weil, weiß ich warum. Und ja, diese Person hat halt nicht wirklich was gerechnet. Wir wissen nicht, warum. Diese Person hatte einfach straight keine Lust. Die Lehrerin ist eigentlich voll nett. Also, hat ihn, er sie ist, dann auch drauf hingewiesen, dass er vielleicht da auch mal etwas schreiben könnte. Also, ganz nett eigentlich. Also, hat zuerst gefragt, warum diese Person jetzt nichts schreibt. Und halt, ja, er hat dann halt auch drauf geantwortet. Ich habe jetzt nicht ganz gehört, was er gesagt hat, da ich auf der anderen Seite sitze, also an der Bandreihe, ganz vorne. Ich habe es leider nicht gehört, aber, ja. Das war halt das erste Mal, dann ist sie halt weitergegangen. Wieder ganz normal nach hinten, diese U-Form halt. Überall durch. Hat so auf die Blätter von anderen geschaut, ob die es alles hinkriegen. Ja. Dann so circa fünf bis zehn Minuten später haben wir halt, ich glaube, es waren eher fünf, weil sie werden etwas lang, aber, ja, da haben wir halt das damit so minus gerechnet, also umgerechnet, diese Formeln da, würde ich nur sagen. Ich fand das eigentlich auch mega einfach, da, ja, I don't know, es war nur Minusrechnung, okay. Naja, Minuszahl mit Minusrechnung, aber ist ganz okay. Ja, und da ist sie halt wieder an diesen Schüler vorbeigekommen und hat Glaube wieder gefragt, warum er denn nicht schreibt. Er hat nichts aufgeschrieben, soweit wie ich weiß, er hat nur Übungen drüber geschrieben, so wie ich es halt auch gemacht habe und alle anderen auch, also so wie es halt auch an der Tafel stand. Und, ja, sie hat halt, wie gesagt, gefragt, warum er nicht schreibt. Ich weiß nicht, ob er darauf geantwortet hat. Ich habe es nicht ganz genau gehört, wie auch schon davor. Also, ich glaube, erst mal hat er sogar darauf geantwortet, weiß ich nicht oder so. Egal, wir kommen jetzt einfach mal zum zweiten Mal, dann ist sie halt so kurz weitergegangen, war dann halt wieder vorne am Computer, um da zu kontrollieren. Stand dann halt so, weil sie etwas erklärt hat, so vor dem Tisch von diesem Kai und hat halt so auf sein Blatt geschaut. Alles ganz normal bis hierher. Und dann liest sie da, dass Physik scheiße ist. Das hatte da eiskalt draufgeschrieben. Und als sie das da vorgelesen hat, hat er die ganze Klasse gelacht. Okay, ich muss sagen, ich habe etwas gelacht. Ich habe es mir aber auch schon zurückgehalten. Also, mein Sitznachbar, der hat wirklich gelacht, so wie die anderen. Einfach schon das Denken daran, dass es, ja. Und dann halt, ich habe halt weiter an meinen Aufgaben gearbeitet, da wir das noch zu Ende machen mussten. Also, ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die anderen es noch. Ich glaube mal schon. Und dann hat halt mein Sitznachbar noch, also, ich habe es auch noch so mitgehört, dass er dann halt sein Blatt bei dieser, bei der Lehrerin abgeben soll. Einfach nur von das, was er da draufgeschrieben hat. Als diese Lehrerin dann weggegangen ist, war ganz kurz, um ein paar Lösungen anzuschreiben. hat dieser Kai dann auch noch zu ihr gezeigt? Oder eher gesagt Mittelfinger, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, was bei ihm da los war. Ich weiß es generell gesagt nicht, was bei manchen Schülern in meiner Klasse los ist. Ich kann es mir nicht beschreiben. I'm so sorry. Aber ja, es war einfach nur respektlos, weil er war ja, er ist ja eigentlich sonst so ein Schüler, der sich eher bei allen zurückhält, nicht wirklich viel sagt, auch im Unterricht, eher der leise ist. Ihr kennt doch bestimmt auch so eine Schüler. Er ist nicht so jemand, der sich über einen Streit einmischt oder ständig irgendwas beitragen will. Ja, dann ist halt die Lehrerin wieder zu ihm gekommen, hat sich wieder hingestellt, wollte ihn das Blatt wegnehmen und dann nimmt er dann noch so einen Stift und kritzelt da rum, um das wegzumachen. Da hat er noch die Lehrerin so gesagt, wegmachen musst du es jetzt nicht. also sie hat es ja schon gelesen, da bringt das ja wegmachen nicht mehr viel. Und ja, sie will es dann halt noch unseren Klassenleiter, ich glaube mal, sagen, was hier da passiert ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dieses Geschehen, ich glaube, es passiert einmal und nie wieder. Aber es war wirklich schon respektlos gegenüber der Lehrerin. Ja, ich finde auch manche Fächer jetzt nicht so schön, aber um das gleich auf dem Blatt zu schreiben, eher nicht. Da müsste ich schon richtig schlechten Tag haben, dass ich das da drauf schreibe. Also wenn ihr wisst, was ich damit meine. Aber ja. Halt, diese Lehrerin ist ja wirklich richtig nett und geschillt, wenn man das so sagen kann. und die Lehrerin hat diesen Kai auch wirklich nichts getan. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es daran hängt, dass seine tägliche Übung damit eingesammelt wurde. Also ich war glücklich, dass ich da mindestens drei Punkte habe. Wir hatten dieses Thema noch nicht sehr lange und da bin ich echt glücklich, dass ich mindestens drei habe. Muss ich so sagen, wie es ist. Ja, ich will jetzt nicht sagen, von wie für Punkten, aber ist ja auch nicht so wichtig. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich kann euch ja sagen, warum diese Lehrerin so nett ist, da ich mir, also ich habe ihr gesagt, am stunden Anfang ist es immer am besten, wenn man das so was sagt, dass ich halt die Unterschrift für die Arbeit nicht habe. Genau, also auf diese Arbeit hat mir halt auch der eine Punkt gefehlt, immer noch mega schade, aber ja, dass ich halt die Unterschrift nicht habe. Ich war halt, sie war halt wirklich mega nett und geschillt. Hat es auch nicht eingeschrieben, also als fehlende Hausaufgabe. Und ja, ich soll es dann einfach am Montag da mitbringen. Ja, das war eigentlich auch schon das Ganze. Sie war halt mega nett. Ich weiß nicht, womit sie das verdient hat, also ja. Ja, ich wollte sagen, das war es eigentlich auch schon so grob gesagt mit dieser einen Lava-Runde. Falls ihr mehr von so einer Lava-Runde sehen wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare oder lasst es mich über Discord wissen. An Deutsch sollte ich vielleicht auch noch arbeiten, aber da stehe ich auch noch auf drei. vielleicht hast du bestimmte Themen, aber ich glaube mal zu bestimmten Themen fehlen nicht so wirklich was. Ich schaue einfach mal, was mir so passiert im Laufe des Lebens, im Laufe des Tages, der Wochen. Jo. Oh, wie viele sind denn jetzt schon wieder online? Aber ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch jetzt gerne. Eigentlich ja ungern, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann würde ich sagen, schaut beim nächsten Video vorbei, falls es euch gefallen hat. Abonniert und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts weiteres mehr von mir verpasst. Ich würde mich wirklich mega freuen. Und dann, bis dann. Tschüss.